Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Im letzten Part haben wir die Schlacht um Garak Mark gewonnen und jetzt wollen wir mit Edelgard sprechen, um die weiteren Pläne zu besprechen. Es tut mir leid, aber ich befürchte, unser Leben an der Front wird noch eine Weile andauern, wobei ich annehme, dass du an so etwas gewöhnt bist. Es als Lappalia abtun, dein Erstaunen über die Lebensqualität ausdrücken. Ähm, ich bin mal erstaunt. Machst du Witze? Verglichen mit den Löchern, die ich normalerweise als Frontlager nutzen muss, das ist ja ein Palast. Sicher ist da noch Luft nach oben. Immerhin haben wir alles in letzter Minute zusammengebaut. Aber alles in allem ist es hier immer noch recht schön. Interessant. Die Umgebung, in der Söldner arbeiten, muss schlimmer sein, als ich zuerst vermutet hatte. In Aussicht auf den andauernden Krieg habe ich einige zusätzliche Einrichtungen bauen lassen. Bitte nimm dir die Zeit, sie dir anzusehen. Vielleicht können sie dir dabei helfen, dich besser auf die kommenden Schlachten vorzubereiten. Okay, neue Einrichtungen gibt es auch. Ähm, da haben, ach, so viele neue Hilfe. Es wird so viel zu tun geben, vor allem auch mit den ganzen Leuten widersprechen. Äh, Adol zum Beispiel. Was denkst du? Ich glaube, du hast dich einmal in einem Wald hier ganz in der Nähe verlaufen. Erinnerst du dich? Nicken, den Kopf schütteln. Ähm, ich erinnere mich mal. Natürlich, das Dorf von Maya liegt gleich dort drüben. Oder war es hier vorne? Ahnungslos wie immer. Aber der erste Schritt zur Weiterentwicklung ist stets, seine eigene Marke zu erkennen. Okay, na gut. Äh, so, dann hier so eine random Soldatung. Ist euch die Magridschstraße bekannt? Sie führt durch den Wald westlich von Garak Mark. Entlang dieser Straße liegt Schloss Gaspert, Heimat von Viscount Lonato. Übrigens, Viscount wird anders ausgesprochen. Wie wird das nochmal ausgesprochen? Ähm, das wird komisch ausgesprochen. Bin mir gar nicht sicher. Wird anders ausgesprochen. Zu bestimmten Jahreszeiten wird dieser Ort von dichtem Nebel eingehüllt. Aber momentan dürfte das nicht der Fall sein. Ähm, vielleicht. Hoffentlich. Okay. Äh, so, warte mal. Erstmal hier ist noch etwas. Reisetagebuch Band 1. Okay. Ein Buch, das sich hauptsächlich mit der Welt jenseits von Fowlern befasst. Der Verfasser ist unbekannt, muss diese Region jedoch tatsächlich mit eigenen Augen gesehen haben. Almira, ein großes Königreich östlich von Fowlern. Sein Gebiet grenzt an die Allianz von Destla, wobei die Grenze durch die gewaltige Bergkette namens Fowlerns Kehle gesetzt wird. Sein Volk bleibt seinem Erbe als Reitervolk treu und liebt die Schlacht. Äh, mehr über Almira. Über die Weiten des Königreises strecken sich fruchtbare Prärien, Einöden und Berge. Albinaea, ein Kontinent, der nordwestlich von Fowlern liegt. Mit seinem eisigen Klima ist er Heimat für zahlreiche rare und wertvolle Arten von Flora und Fauna. Dennoch ist er nur schwach von Menschen besiedelt, da aufgrund der großen Kälte und der gefrorenen Böden weder Weizen noch anderes essbares Getreide wächst. Morphys, dies ist der Name einer Stadt der Magie im Südosten Fowlerns sowie der grenzenlosen Wüste, die sie umgibt. Einst war die Metropole auch als Stadt der Illusionen bekannt. Dank eines Netzwerks aus Handelsrouten verbreiten sich die Gerüchte über ihre großartige und absolut geheimnisvolle Magie stets weiter. Dekta, ein Kontinent im Südwesten von Fowlern. Er ist extrem weit entfernt und es gibt zahlreiche Gerüchte über diese unbekannte Welt. Manche sagen, er sei ein tropischer Regenwald, andere behaupten, er sei ein riesiges Eisplateau. Fakt ist, dass es sich weit über Süden und Norden erstreckt und daher viele verschiedene Landschaften und Klimazonen besitzt. Genau, es geht natürlich hier hauptsächlich um Fowlern, aber über die Gebiete so drumherum hat man auch schon in den Freehauses einiges erfahren. Und hier eben auch wieder ein bisschen. So, äh, Dorothea ist hier. Hi. Was ich auch tue, ich kann mich nicht dazu zwingen, die Göttin oder ihre Lehren zu akzeptieren, aber zu sehen, wie die Kirche der Mitte und des Südens gegeneinander kämpfen, fühlt sich immer noch surreal für mich an. Wobei ich bei unserer Schlacht in Gerbeckmark bemerkt habe, wie wenig kompatibel die beiden sind. Wahrscheinlich halten sie voneinander dasselbe, wie ich vom Adel. Sagen, dass es da einen Unterschied geben könnte, ihr zustimmen. Immer zustimmen. Das verstehe ich. Jeder hat eine Sache, bei der er zu keinen Kompromissen bereit ist. Wenn das stimmt, trifft mein Vergleich in Schwarze. Okay. So, genau. Ich habe aktuell keine Geschenke. Muss ich erst wieder ein bisschen shoppen gehen. Ich habe mittlerweile auch sehr viel Geld und könnte mir ein paar Geschenke kaufen für mehr Unterstützung. Wir haben übrigens auch wieder, habe ich schon gesehen, neue Unterstützungsgespräche, die wir uns dann auch anhören können. Zwischen Chess und Edelgard nämlich anscheinend. Okay. So, was für ein Ärger. Ich hatte gehofft, mich in Gerbeckmark etwas ausruhen zu können, aber das war offensichtlich töricht von mir. Offenbar sind die friedlichen, ereignislosen Tage vorbei. Wie wir sagen, dass diese Tage für dich längst vorüber sind, ihm voll und ganz zustimmen. Zustimmen? Das stimmt. Allerdings bedeutet das einfach nur, dass wir diesen Krieg so schnell wie möglich beenden müssen. Wir werden genug Zeit haben, uns auszuruhen, wenn die Kämpfe vorüber sind. Und eine sehr kluge Feststellung. Ich schätze, wir müssen ab jetzt alles für eine bessere Zukunft bringen. Damit wir später alle chillen können. Warum wurden jetzt da Unterstützungsgespräche angeboten? Und bei Dauer 4 gerade nicht? Oh hey, sieht aus, dass ich nicht der erste, der aufstehen kann. Also ich habe jetzt dadurch, dass ich jetzt einmal ganz kurz die Unterstützung erhöht habe, hat das jetzt für ein Gespräch gereicht oder wie? Okay, dann hören wir uns halt das an. Wollte ich jetzt eigentlich nicht sofort machen. Aber dann halt jetzt ein Unterstützungsgespräch zwischen Chess und Linhardt. Warum nicht? Hallo da. Kein Grund, dass ich mir überhaupt nicht bezahlen kann. Ich werde hier nur in meinem Buch absorbiert werden. Ich glaube, dass du jemanden kennst. Als sie noch nicht gekommen sind, haben sie sicher nicht erreicht. Warum nicht du mich hier? Ich, äh, danke. Hey, Linhardt, du bist in all dieser spookierigen Magik-Geschichte, richtig? Wie Sorcerie und Kresten und so weiter? Ja. Warum? Ist es etwas, was du mir gerne fragen würdest? Oh, nein. Ich dachte nur, es ist ein bisschen weirut, dass du nie wirklich in meine Macht interessiert hast. Willst du mich da sein? Ja, ich meine, ich meine, ich verstehe nicht. Ich verstehe es mir selbst. Aber mit dir zu helfen, ich könnte eigentlich etwas lernen. Das und Hubert hat mich zuerst Angst, zu sprechen, über wie du mir experimentierst. Und, um zu sagen, ich bin nicht in das. Uh-huh. Well, nicht alles pügt mein Interesse. Deine Verständnis sind einfach nicht. Warum? Wenn du nicht interessiert bist, dann so geht es. Aber ist es eine besondere Reise, warum? Es ist schwer zu sagen. Hey, vielleicht ist es, weil eine Waffe ist die einzige Sache, die du kannst du manifestieren? Strictly zu sagen, ich glaube, deine Macht hat ein paar Fragen. Aber diese Sinister Weapon von deinem Sinister... Es macht mich einfach so interessiert in lernen. Sinister, huh? Das ist eine Art von beschreiben. Ja, ich glaube, das ist eine Art von der Herrschaft. Sag mir, hast du eine von den Heroes gesehen gesehen? Sie haben auch eine Art von der Herrschaft. Und zwar, da gibt es etwas quasi... ...Divine über das Terror, die sie gestalten. Aber deine Schmutz? Es ist... ...kig. Vielleicht sogar inhumane. In mehr komplexen Bereichen, es ist ein bisschen mehr als eine inorganische, dispassionante Konstrukte, nicht ein Hint von der Gottes divine Gäste in ihrem Design. Es ist nicht so, dass du able zu wählen, was du manifestierst, richtig? Es kam einfach zu dir. Wahrscheinlich, aber was, wenn ich es in etwas anderes und beginne zu manifestieren? Du bist dann interessiert? Ist das so möglich? Ist das nicht möglich? Ich würde das für mich selbst sehen, ich muss es sagen. In Wahrheit wäre ich ziemlich begeistert. Was für ein faszinierendes Thema, um an meinen Fuß zu legen. Halt eure Hosen da. Ich bin nicht wirklich sicher, dass ich noch etwas auf jeden Fall gelegt habe. Aber, bist du nicht derjenige, der es dazu gebracht hat? In zwei Seiten Antworten. Mann. Okay, yay. Sehr schön. Aber das ist cool, dass wir jetzt über Chess auch indirekt ein bisschen mehr erfahren haben. Durch das Wissen von Dinhard. Okay. Hier ist niemand. Aber gleich kommen wir auch zu den ersten paar neuen Einrichtungen. Also ich kann schon mal sagen, das Umgucken hier im Basislager wird auch wieder mehr als einen Part füllen. Weil es hier sehr viel zu tun wird. Erst beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich dann, vielleicht sogar beim übernächsten Mal. Aber heute auf jeden Fall gibt es keine Kämpfe mehr. Da gibt es nur Gespräche, kann ich schon mal sagen. Ohoho, ihr solltet wissen, dass ich aus der kaiserlichen Hauptstadt her beordert wurde. Es gibt da etwas, das ich wissen muss. Also bitte teilt eure Weisheit mit mir. Ist unter unseren Feinden jemand, der finstere Magie nutzt? Ja, kann ich mir gut vorstellen. So, hier beim Lagerfeuer ist nix. Okay. Und dann gleich kommen wir zur ersten neuen Aktivität, die es jetzt gibt. Aber noch ganz kurz davor mit dir sprechen. Oh, Kommandant, ihr seid es. Seine Exzidenz Hubert meinte, dass feindliche Spione sich zusammen mit den Händlern eingestrichen haben. Er wollte, dass ich mir die Sache genauer ansehe, da ich ja selbst einmal ein Händler war. Bist du vielleicht einer von denen? Ne, ich vertraue dir mal. So, hier, was haben wir hier? Ah, Bataillone. Okay, das wird wichtig. Bataillone waren in Spiehauses richtig, richtig wichtig und stark. Mal gucken, wie sie hier umgesetzt wurden. Ah, willkommen. Ich kann euch gerne einige Bataillone empfehlen. Es wird euch sicher eine große Hilfe im Kampf sein, erfahrene Einheiten an eurer Seite zu haben. Wow, wow. Hallo, ihr. Okay, Bataillone. Du kannst bei der Bataillonsgilde Bataillone anheuern. Über die Option Ausrüstung festlegen im Inventarmenü kannst du Einheitenbataillone zuweisen. Jedes Bataillon ist gegen eine bestimmte gegnerische Waffenart am effektivsten. Durch den Kampf gegen diese Waffenart wird ein Bataillonseffekt ausgelöst, der dieses Bataillon eine Stufe stärker werden lässt und den erlittenen Schaden senkt. Bataillone verfügen über Ausdauer. Dieses sinkt, wenn die Einheit, die das Bataillon befehligt, Schaden erleidet. Sinkt die Ausdauer auf 0, verschwindet der Bataillonseffekt. Okay. So, anheuern. Kaiserliche Infanterie, kaiserliche Lanzenträger oder Krieger habe ich hier. Okay, die kosten alle 500 Gold. Ähm. Die haben Axtabwehr erhöht den Vorteil der Einheit gegenüber mit Äxten ausgerüsteten Gegnern um eine Stufe und verringert den durch sie haltenden Schaden um 40%. Okay, also das sollte ich am besten einem Schwertkämpfer geben. Das halt einem Lanzenträger, weil die gegen Schwertagutsch sind und das einem Axtkämpfer. Okay, das habe ich verstanden. Ähm. Yo, dann... Ich muss überlegen, wie viele Schwertkämpfer ich jetzt habe, die davon gebraucht machen können. Ähm. Das ist doof, weil ich habe halt am meisten Magier und ich habe hier kein magisches Bataillon, leider. Ähm. Ich will es eh mal nur testen. Ich nehme mal nur eine sogar. Und gebe das mal dann Chess einfach und test es mal kurz. So, Bataillonsmeister, okay. Äh. So, entlassen könnte ich auch. Da kann ich halt wieder welche verkaufen quasi, aber nur für einen Bruchteil des Preises will ich also nicht. Erstmal. So, ähm. Inventar. Gibt es hier auch? Chess? Ja, genau. Hier. Äh, nicht hier, sondern hier. Bataillon. So, kaiserliche Infanterie. Yo. Okay. Aber ist es auch möglich? Wie ist es mit dem Effekt da? Ist der Effekt einfach Axtabwehr? Habe ich auch irgendwie einen Bataillonsangriff? Oder so, den ich machen kann? Der dann cool ist? Weiß ich nicht. Vielleicht. Aber das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm. Ja, da muss ich dann noch dran denken, das jetzt noch für die anderen Einheiten auch zu machen. Ich weiß ja nicht, ob ich da jetzt alles Geld gleich raushauen sollte. Äh. Für die. Weil es werden ja später auch noch neue Bataillone, bessere hinzukommen. Die ich halt dann benutzen kann. Oh. Ähm. Und deswegen wäre es vielleicht besser, wenn ich teilweise auch noch warte. Bin mir nicht sicher. Hat der eigentlich irgendwas Neues? Ich versuche dir ein wenig von allem hier. Ähm. Mittelstufenziegel wieder. Die soll ich sogar vielleicht alle kaufen. Weil die sind ja relativ rar sogar. Die Mittelstufenziegel. Und auch nicht so teuer. Äh. Ja. Aber vier habe ich aber noch. Aber ich meine. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht will ich doch mal. Eben auch Klassen einfach hin und her switchen. Um halt mehr Fähigkeiten zu lernen. Deswegen wäre schon nicht schlecht, wenn ich da viele hätte. Ja, ich kaufe die sogar mal alle. Komm. Passt schon. Okay. Äh. Jo. Den Rest lasse ich erst mal. So. Mal hier. Anna. Hallo. Willkommen in meinem Laden. Äh. Oder was einmal mein Laden sein wird. Nachdem ich das vermalledeite Ding eröffnet habe. Jedenfalls. Hallihallo. Ich bin Anna. Und es ist mir eine Freude, deine Bekanntschaft zu machen. Wenn ich da draußen über etwas nützliches stolpere, nehme ich es in mein Angebot auf. Schau also immer mal wieder vorbei. Aber du hast jetzt noch gar nichts, oder wie? Willkommen. Okay. Dauert noch. Aber Anna ist schon mal da. Äh. So. Ferdinand. In Kriegen ist es mehr oder weniger unausweichlich, dass normale Bürgerbücherin irgendwann involviert werden. Allerdings frage ich mich, ob... Ja, warte mal. Viscount, Lornato, seine Armee in dem Glauben versammelt hat, ohne die Hilfe des Kaiserreichs gewinnen zu können. Das wäre ziemlich riskant, wenn man bedenkt, wie viele in den Kampf verwickelt werden. Wird Viscount Lornato dermaßen verehrt, dass das Volk ihm bis in eine solche Gefahr hinein folgen würde? Okay. So. Ähm. Torwächter. Hi. Nothing. Aber er hat jetzt nicht nothing to report, also hier bei der Textbox, nicht, aber wo ich hingelaufen bin zu ihm, da hat er nothing to report gesagt. Sag dir grüß, Kommandant. Keine besonderen Vorkommnisse. Sieht aus, als wären die hohen Tiere im Gebek Mark, also die Kirche der Mitte, ins Königreich geflogen. Und die kaiserliche Armee greift jetzt das Königreich an. Da liegen sicherlich einige heftige Schlachten vor uns. Jedenfalls bete ich, dass er sicher zurückkehrt. Sag mal, sag du das noch mal, wenn ich hingehe zu ihm? Ja, ich glaube nur beim ersten Mal. Aber gerade wo ich hingelaufen bin zu ihm, bevor ich mit ihm gesprochen habe, da hat er gesagt, nothing to report. Okay, cool. Das ist auf jeden Fall mega nice, dass der Torwächter auch wieder hier ist, der beste NPC. Wir Söldner geben normalerweise nicht viel darauf, was so ein eingebildeter Herrscher über dieses oder jenes denkt. Aber wenn jemand vorbeikommt und behauptet, er wollte diese kaputte Welt besser machen, davon muss man sich ja mitreißen lassen. Ich kann nur hoffen, dass die Welt am Ende nicht noch kaputterer ist als jetzt. Ja, das hoffe ich auch nicht. Ist auch nicht so witzig, wenn das so wäre. So, dann Logistikmeisterin haben wir auch noch als neue Einrichtung. Okay. Hier sammeln wir alle nicht benötigten Waffen und Ressourcen. Versorgungsgüter sind jetzt das Lebenselixier jeder Armee. Es darf nichts verschwendet werden. Okay, Versorgungsdepot. Im Versorgungsdepot kannst du überschüssige Waffen und Ressourcen gegen andere Ressourcen eintauschen und Ressourcen auch automatisch abholen lassen. Im Laufe der Geschichte wird es möglich, auf diese Weise Materialien zum Erweitern von Einrichtungen zu erlangen. Okay, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber gut. Liefern von Ausrüstung oder Ressourcen. Gibt zusätzliche Ausrüstung und Ressourcen ab, um im Austausch Veredelungssteine zu erhalten. Okay, also ich kann hier Waffen abgeben, die ich nicht mehr brauche. Ich mache das mal einmal kurz testweise. Ähm, so ein Kack-Eisenbuch oder so hier. Das brauche ich nicht. Ich mache mal einmal noch einmal zum Testen. Jo. Und ich kriege dafür einen Veredelungsstein. Okay. Ja, wie kann ich das bestätigen? Moment. Eisenbuch, ja. Achso, Plus. Okay, Plus ist Liefern. Okay. Äh, jo, mach mal. Das kann ich ruhig abgeben. Ich kann übrigens tausend Waffen tragen. Äh, also einiges. Okay, und ich habe halt jetzt einen Veredelungsstein bekommen. Kriege ich hier wirklich nur Veredelungssteine? Egal, was ich nehme. Auch wenn ich eine ultra seltene Waffe nehme. Anscheinend schon. Aber halt mehr wahrscheinlich. Wenn ich zum Beispiel hier, äh, keine Ahnung. Ähm, aber kann ich irgendeine legendäre Waffe nehmen? Ähm. Nee, den kann ich sogar gar nicht verkaufen. Hier, okay. Okay, aber nimm mal hier das zum Beispiel. Kriege ich auch nur einen. Kriege ich für irgendeine mehr als eine? Äh, Streitkolben? Nö. Oh, so ein Scheiß. Geh mal nur einen. Ah, nee, hier. Hier. Okay, da würde ich zwei kriegen. Bei der Giftachs plus eins. Okay, also genau. Bei besseren kriege ich halt auch mehr. Okay, verstanden. Ressourcen liefern. Ähm. Giftstein. Äh. Hä, wie geht's? Wie viele umtauschen? Ach, okay. Da kann ich Giftsteine in Veredelungssteine umtauschen. Okay. Veredelungssteine tauschen. Da kann ich jetzt dann wieder... Okay. Also bei den oberen beiden Sachen kann ich Sachen in Veredelungssteine tauschen. Und da kann ich Veredelungssteine in andere Sachen tauschen. Okay. Du kannst Veredelungssteine in deinem Inventar gegen Ressourcen und Materialien, mit denen sich Einrichtungen erweitern lassen, tauschen. Okay, das ist aber gut. Weil Einrichtungen erweitern ist ultra wichtig, habe ich das Gefühl. Und das kann ich dann eben hier machen. Ich kann auch wieder die gegen Giftsteine tauschen, wenn ich will. Ähm. Okay, dann kriege ich sogar... Ähm. Ne, ne, genau. Okay, hier. Für einen Giftstein muss ich sieben Veredelungssteine ausgeben. Okay. Für grobes Baumaterial, das sehe ich auch. Da brauche ich drei pro Baumaterial. Äh, wie viele Veredelungssteine habe ich eigentlich? Äh. Warte mal, wo sehe ich denn das? Wie viele ich habe? Einige habe ich aber auf jeden Fall. Okay. Aber ja, das kann ich mir mal merken, dass ich da mir halt auch Baumaterial holen kann, um dann die Einrichtungen zu erweitern, möglichst früh. Okay. Ähm, genau. Verstanden? Alles hat seinen Vorteil. Ich warte aber erstmal, weil ich mir dann gleich, ähm, hier in der Mitte anschauen will, was ich alles erweitern kann und was ich da für Materialien brauche. und dann werde ich versuchen, klug das zu kaufen. Äh, oder halt umzutauschen. Ich will aber auch nicht alle Veredelungssteine umtauschen, weil ich will mir auch ein paar aufheben für Waffenschmieden und so. Also alles kompliziert. So, Fleisch. Ähm, Entschuldigung. Hast du meinen Bruder gesehen? In letzter Zeit arbeitet er viel zu hart. Sagen, dass du ihn nicht gesehen hast. Let's see. Nein, tut mir leid. Aber ich werde mit ihm darüber sprechen, wenn ich ihm über den Weg laufe. Danke, das weiß ich zu schätzen. Okay. Okay. So, und noch eine neue Einrichtung, nämlich den Schmied haben wir jetzt. Oh, okay. Was war bei der Waffenmeisterin dann nochmal? Willkommen. Äh, da kann man einfach Waffen kaufen. Und zwar ein bisschen nur Eisenwaffen. Oder auch verkaufen. Okay, gut. So, Schmied. Hi. Reicht mir eure Waffen rüber und ich schwinge für euch den Schmiedehammer. Vergesst niemals. Das einzige, was zwischen euch und eurem Tod steht, ist die Waffe in eurer Hand. Die Schmiede. In der Schmiede kannst du deine Waffen verbessern. Du kannst Ressourcen nutzen, um neue Waffen zu schmieden, ohne eine Waffe wieder in ihren Ausgangszustand zurückversetzen. Hey da. Nehmt was? Okay, dann machen wir mal Waffen schmieden. Das wird, glaube ich, sehr kompliziert alles. Weil ich habe wirklich sehr viele Entscheidungen, was ich mit meinen Materialien machen kann. Ob ich die umwandle zu Ressourcen, ob ich bessere Waffen mache oder sonst irgendwas. Ob ich das zu Geld mache und mit dem Geld mir dann irgendwas kaufe, Geschenke, um auf Unterstützung zu gehen. Also ich habe sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich stärker werden kann. Durch Unterstützung, durch bessere Waffen, durch Ressourcen und damit mehr Einrichtungen. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ich hoffe, ich werde da halbwegs prüge Entscheidungen treffen. Du kannst Gold ausgeben, um Waffen zu schmieden und so ihre Kraft und Haltbarkeit zu erhöhen. Wie oft eine Waffe geschmiedet werden kann, hängt von der Waffe ab. Okay. So, ich mache da auch mal wieder einfach nur so einen Test. Wenn ich jetzt mal hier das Kack-Eisenschwert von Petra zum Beispiel. Das hat ja auch gar keine Fähigkeiten und so. Okay, ich habe 91 Veredelungssteine aktuell. Und ich brauche Minimum drei. Und... Ah, okay. Ich kann hier bis zu... Okay, das kostet immer drei auf einmal. Die Kraft um bis zu fünf Stufen erhöhen. Und die Haltbarkeit auch um bis zu fünf Stufen. Und dann habe ich halt ein viel besseres Eisenschwert. Das würde jetzt 30... Das mache ich aber nicht. Das würde jetzt 30 Veredelungssteine kosten. Und 2000 Gold. Und damit kann ich halt Kraft und Haltbarkeit erhöhen. Okay. So, natürlich jetzt das Wichtigste. Kann ich das bei coolen Waffen auch machen? Hier zum Beispiel. Ja, kann ich. Aber ich brauche den Vitryl dafür. Okay. Weil bei denen würde ich es dann auf jeden Fall machen. Weil die legendären Waffen, die behalte ich ja auch eher. Hier so... Weil jetzt halt so Kack-Eisenwaffen. Die werde ich halt am Ende vom Spiel nicht mehr haben. Da habe ich halt dann bessere Waffen. Aber spezifische, besondere Waffen kann ich nicht. Bisher zumindest nicht upgraden. Hier, die sich zum Beispiel auch nicht. Da brauche ich Agathium. Ähm... Äh, genau. Rostschwert kann ich gleich reparieren. Das werde ich gleich machen. Okay. Dann ist es, glaube ich, erst mal nicht so wichtig. Weil ich das halt lieber machen will. Ich meine, ich könnte es jetzt auch schon ein bisschen machen. Aber da würde ich, glaube ich, die Veredelungssteine dann eher für Ressourcen hergeben. Und ich würde es nur dann machen, dass ich eine... Oder halt fast nur dann machen, eine Waffe abzugraden, wenn das eine coole Waffe ist. Die der Charakter auch behalten soll. Ähm... Bis zum Ende oder für eine sehr lange Zeit. Weil die Eisenbücher werde ich nicht mehr so lange haben, glaube ich. Weil da bestimmt schon bald dann die besseren Versionen kommen. Würde ich mal schätzen. Okay. Äh, so. Waffe reparieren. So, du kannst Waffen reparieren lassen, um sie wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Wenn eine Waffe kaputt geht, werden ihre Kraft und ihre Haltbarkeit drastisch verringert und ihre Attribute werden ineffektiv. Dies wird durch eine Reparatur behoben. Reparierte Waffen erlangen leichter, mächtiger Attribute und verfügen über ein höheres Schmiedewimmelt. Diese Waffen sind zudem immer vollständig geschmiedet, sobald sie repariert wurden. Kaputte Waffen kannst du durch das Besiegen von Monstern erhalten. Okay, ja, wir machen einfach mal. Das kostet 10 Veredelungssteine und 1500 Gold. Ist das es? Jo. Okay, Waffen reparateur. Und das gibt mir ein Eisenschmerz plus 6 mit Schubtrefferfolge. Ähm, erhöht bei den bei Gegnern verursachten Schaden mäßig, wenn die Trefferanzahl steigt. Das ist ganz gut. Und vergrößert das Zeitfenster, in dem die Trefferserie erhalten bleibt mäßig. Ah, okay, das ist das Kombo sogar ineinander. Das ist ganz cool. Das könnte ich dann vor allem auch Chess geben, weil Chess ja auch davon profitiert, wenn er eine hohe Trefferanzahl hat, weil er dann kleine Gegner instant besiegen kann. Und so kann ich bewirken, dass er sogar noch ein bisschen mehr Schaden macht, wenn die Trefferzahl steigt und die Trefferserie bleibt leichter aufrechterhalten. Das ist ganz cool eigentlich. Und hat auch ganz gute Werte. Ah, okay, jetzt verstehe ich das auch mit dem Limit. Genau, bei Kraft erhöhen und Haltbarkeit erhöhen. Also, ja genau, weil ein Eisenschwert, okay, jetzt verstehe ich das. Ein Eisenschwert hat er standardmäßig, wenn es sonst nichts Besonderes hat, Kraft 20 und Haltbarkeit 50. Und dieses Eisenschwert hier, was wir jetzt bekommen haben, da wurde aber schon dreimal die Kraft erhöht und dreimal die Haltbarkeit erhöht. Deswegen ist es ein Eisenschwert plus sechs. Die Sterne heißen, glaube ich, einfach nur, dass es noch extra Effekte gibt. Und die Effekte sind halt ganz cool. Deswegen heißt es, fünf Sterne. Und plus sechs heißt eben, dass es schon sechsmal geupgradet wurde quasi. Und ich kann das auch häufiger upgraden als normalerweise, weil die anderen Schwerter konnte ich ja nur bis zur Stufe fünf upgraden. Aber das hier kann ich bis zur Stufe acht upgraden, also noch weitere fünf Male. Und da kann ich halt dann noch mehr die Kraft oder auch die Haltbarkeit erhöhen. Genau, kann ich eben noch weitere Male machen und dann zu einem Eisenschwert plus 16 sogar insgesamt machen. Wahrscheinlich. Genau, jetzt hat schon plus elf, steigt sogar da auch mit beim Namen. Und jetzt hätte es plus 16. 44 Kraft und 74 Haltbarkeit. Okay, verstanden. Ja, aber ich finde das irgendwie cooler, wenn ich mir Ressourcen hole und wenn ich möglichst früh die Einrichtungen upgrade. Das ist mir, glaube ich, sogar lieber als Waffen. Also Waffen sind auch ultra wichtig, mir schon klar. Da ist sogar immer noch das Ausbezeichnis. Aber ich finde sogar fast, dass Ressourcen wichtiger sind, weil da kriege ich doch dann irgendwie auch mehr Aktivitätspunkte und so Zeug, wurde gesagt. Und das ist sogar noch wichtiger, finde ich. Und ich habe auch bisher zumindest in den Schlachten keine riesengroßen Probleme, obwohl ich auf Schwer und Klasse spiele. Das geht schon noch alles. Und da brauche ich erstmal jetzt noch nicht sofort zu ultra geschmiedete Waffen. Das wird schon alles, hoffe ich mal. So, dann hier noch so ein Random Dude. Habt ihr je mit Graf Berglies, dem Kriegsminister, gesprochen? Er ist ein großartiger und ehrenhafter Mann, sowohl in Sachen Mut als auch Persönlichkeit. Derzeit fülle eine Armee an, die in den Gebieten der Allianz stationiert ist. Ihre Generäle sollten sich von ihm fernhalten, wenn ihnen ihr Leben lieb ist. Okay. So, hier haben wir Petra. Hi. Im Königreich soll es viel Kälte geben, aber der Frühling hat mehr Wärme als das hier, was mir Erleichterung gibt. Was hat dein größeres Missfallen? Hitze oder Kälte? Sagen, dass du Hitze nicht magst, sagen, dass du Kälte nicht magst. Äh, ja, also eigentlich, also ich persönlich mag Hitze nicht und komme mit Kälte relativ gut klar. Aber ich stimme mal Petra zu, weil das dann vielleicht die Unterstützung erhöht. Deswegen mag ich Kälte nicht. Oh, auf jeden Fall die Kälte. Es gibt nichts Schlimmeres, als um sein Leben zu kämpfen und dabei nicht einmal seine Finger zu spüren. Ich stimme dir zu. Kälte ist das Schlimmste für mich. Ich denke, der Grund dafür ist die Wärme in Dritchels. Mhm. Ah, okay, jetzt kann ich auch die komischen Expeditionen da machen. Genau, stimmt. Das kann ich davor mit den anderen nicht, weil das geht ja nur, wenn ich einen C-Rang habe, mindestens mit einer Einheit. Und Chess und Petra haben ja schon den C-Rang. Und deswegen kann ich das eben mit Petra schon machen, diese Expedition. Werde ich auch dann bald austesten. Das ist ja quasi das Tee trinken, wo man die Leute auch angucken kann. Aber erstmal, Monika. In den letzten zwei Jahren fand im Königreich eine Reihe an politischen Zäuberungsaktionen statt. Der König selbst verurteilte einige Adlige dafür, in die Tragödie von Duskir verwickelt gewesen zu sein. Aber selbst wenn er sie aus legitimen Gründen abgesetzt hat, führte das selbstverständlich zu einer Menge bösen Blut. Das könnte uns die Möglichkeit eröffnen, den Königreich die Kontrolle über die Kirche der Mitte zu entreißen. Okay. Und du noch? Wie kann ich von Service sein? Nur unter uns. Es scheint, als wäre Herzog Rundle in die Tragödie von Duskir verwickelt gewesen. Wir müssen sicherstellen, dass uns niemand mit solchen Leuten über einen Kamm schert. Aus dem Blickwinkel des Königreichs könnte es so aussehen, als wolle man behaupten, dass das Kaiserreich dafür verantwortlich ist. Okay. Dann haben wir noch hier Manuela. Hallo, kann ich dir helfen? Du siehst nicht verletzt aus. Sag nicht, dass du hier bist, um mit mir zu plaudern. Natürlich, Manuela. Nur wegen dir bin ich hier. Ach, du weißt schon. Wie wunderbar. Bitte setz dich doch. Weißt du, selbst ein ruhiger Ort wie dieser kann jederzeit zum Schlachtfeld werden. Wir sollten diese kleinen Unterhaltungen also genießen, solange wir es noch können. Äh, so und genau, hier ist noch irgendwas zu lesen. Ähm, was mit dem eigentlich? Er hat halt Kopfschmerzen oder so gerade. Dem geht schlecht, hier ist ja die Krankenstation. So, auf jeden Fall, Adel des Kaiserreichs Teil 2. Oh Gott. Ein Verzeichnis der wichtigsten Adelsfamilien des Kaiserreichs Adrestia. Dieses Dokument ist ausdrücklich für den Dienstgebrauch der Kirche der Seros, es ist Studenten untersagt, es zu entfernen oder einzusehen. Ausgabe von 1179. So, Haus Gerth. Ein Haus von Herzogen, das die Führung des Außenministeriums geerbt hat. Es ist für Diplomatie, Außenbeziehungen und die Verbindung zwischen den Provinzen und der Hauptstadt verantwortlich. Es erreichte, dank harter Arbeit, die Waffenstillstände mit Bridget und Degdar. Durch sein Mitwirken im Aufstamm bleibt es verbundenen Häusern fern. Arundel. Ehemals von niederem Adel, als Oberhaupt des Hauses wurde Volkart, als seine jüngere Schwester mit Kaiser Ionius IX. verlobt wurde, zugleich der Titel des Herzog Arundel verliehen. Aufgrund seiner engen Zusammenarbeit mit Haus Ayer wurde es als Hauptverantwortlicher für den Aufstand der sieben Häuser gesehen. Ein Haus von kaiserlichen Viscounts. Das Haus widersetzte sich der Zentralisierung Kaiser Ionius IX und schloss sich der Allianz an, um sich vom Kaiserreich loszusagen. Doch die kaiserliche Armee war zu stark. Nach dem Krieg wurde die Hauptlinie der Familie ausgelöscht. Das jetzige Oberhaupt des Hauses ist sein Adoptivsohn. Novel, ein Haus von kaiserlichen Viscounts. Sein Gebiet liegt an der Westküste rund um die Hafenstadt. Novel, die dem Haus seinen Namen gibt. Es blühte durch den Regen Handel mit Dekta, Albinaia, Bridget und anderen Ländern auf. 1175 lag es jedoch im Trümmer, nachdem es die Armeen von Dekta und Bridget nicht zurückgeschlagen hatte. Haus Ox, ein Haus von kaiserlichen Baronen. Seine Ländereien umfassend die nördliche Hälfte der Halbinseln im Westen des Kaiserreichs namens Fodlands Fangszene. Das Oberhaupt des Hauses verschwand im Krieg mit Dekta und Bridget Spurlos. Ein Haus von... Ah ne, Bartels haben wir jetzt noch. Ein Haus von kaiserlichen Baronen. Das ehrgeizige Haus führte viele Wappen in seine Blutlinie ein. Im Jahr 1176 kam eine Reihe Angehöriger des Hauses einschließlich des Oberhaupts unter ungeklärten Umständen ums Leben. Emil, Erbe des Hauses, stand unter Verdacht, doch niemand wusste, wo er war und so fiel das Haus an einen entfernten Verwandten. Okay. Ist auch wieder einiges gelesen. Dann, beim Übungsplatz ist bestimmt Caspar und noch irgendwer. Randolf auch noch. Hallo da. Du hast dich in unserer jüngsten Schlacht sehr beeindruckend geschlagen. Ich verstehe jetzt, warum ihre Majestät an dich glaubt. Ich mag aus einer angesehenen Ardesfamilie stammen, aber das ist keine Garantie für meinen Erfolg. Trotzdem würde ich gerne meinen Teil zu dieser Schlacht beitragen und dabei helfen, meine Familie das Leben etwas zu erleichtern. Deshalb bin ich auch neidisch auf dich und... Oh nein, verzeih mir. Reden wir nicht weiter darüber. Okay. Und hier... Ne, Caspar ist hier nicht. Hier reads er stattdessen. Die Hauptstreitkräfte der Kirche... Kraft der Kirche ist in unseren letzten... Alter, ich kann nicht lesen. Sorry. Die Hauptstreitkraft der Kirche ist in unserer letzten Schlacht nicht aufgetragen. Wie langweilig. Alles, wonach ich mich sehne, ist ein Kampf bis auf den Tod mit den stärksten Kriegern. Ich hoffe, dass sich die Armee des Königreichs als würdig erweist. Okay, Arisa. Alles gut. So, äh, hier. Ah. Ähm, die hebe ich mir sogar mal noch auf. Für den nächsten Part vielleicht. Ähm. Hey! Valkont Lonato ist ein Kastellan-Graf Rose, aber wie man hört, ist er ein lobenswerter Mann. Im Gegensatz dazu hört man nichts Gutes über Graf Rowe. Er ist jemand, der seine eigene Gesundheit und sein Glück über das alle anderen stellt und wenn nötig, sein Eigenfleisch und Blut dafür verraten würde. Obwohl er einer der ersten war, die dem Kaiserreich die Treue schworen, frage ich mich, ob es klug ist, ihm in dieser Angelegenheit zu vertrauen. Hm. So, da ist Kaispaar. Erst die Kirche und jetzt die Armee des Königreichs? Wir machen bei der Wahl unserer Gegner wirklich keine halben Sachen. Wobei unser neuerster Kampf vielleicht gar nicht so übel ist. Ach ja? Klar, ich meine, das Königreich ist nicht so groß wie das Kaiserreich, aber trotzdem ist die Kampfkraft seiner Armeen sehr unterschiedlich. Einige Adlige bringen Armeen mit sich, die man als schwach bezeichnen könnte. Und das ist noch nett ausgedrückt. Okay. Äh, so, und ich hab noch wen übersehen hier. Bernie nämlich. Hi. Hast du schon gehört, Jess? Mein Vater ist in Garak Mark. Anscheinend hat es etwas damit zu tun, dass er Edelgard als Bischof dienen soll oder so. Äh, glaubst du etwa, dass er mich verfolgt? Bitte sag nein! Er ist nachdrücklich von nein. Sagen, dass du es nicht weißt. Nee, auf keinen Fall. Das bezweifle ich stark. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass er eine Weile in Garak Mark bleiben könnte. Gut, da bin ich erleichtert. Vielleicht kehrt er ja nie wieder nach Inbad zurück und ich muss ihn niemals wiedersehen. Tut mir leid, Bernadetta, aber ich habe keine Ahnung. Okay. Äh, so, dann gehe ich noch ganz kurz rein, weil da ist noch jemand anderes. Hybert dürfte das sein. So, hier haben wir jetzt noch übrigens, äh, die Archivarim. Okay. Aber erstmal Hybert. Diese Angelegenheit mit Viscount Lonato ist wirklich problematisch. Dass er einfach selbst zur Tat schreiten würde. Ich vermute, er konnte seinen Hass gegenüber der Kirche nicht im Zaum halten. Immerhin haben sie seinen Sohn hinrichten lassen. Übrigens. Erinnerst du dich noch an seinen Adoptivsohn? Er war Student an der Militärakademie. Sagen, dass du dich erinnerst. Sagen, dass du dich nicht erinnerst. Ähm. Echt, ich meine, ich weiß nicht. Chess hat ihn doch wahrscheinlich nie getroffen, oder? Wo ich an der Militärakademie war. Äh. Soll ich trotzdem erinnern sagen? Einfach, weil das besser ist? Aber einfach mal. Du meinst Ash, oder? In der Tat. Vielleicht steckt er mit Viscount Lonato unter einer Decke. Okay. Aber ist das so, dass, ich meine, ich habe ja die Black Eagles gewählt. Habe ich da überhaupt, ich meine, das ist halt doof, weil ich konnte mich ja in Garryk Marken nie umsehen. Hier in Three Hopes. Deswegen weiß ich halt nicht, ob ich da, äh, ob da wirklich Chess jemals Ash getroffen hat. Keine Ahnung. Aber gut. Äh, so, dann. Ne, halt, hier ist noch jemand, eine Random Person. Hi. Please, listen. Ein Baron? Okay. Ich bin Baron Barnabas. Meine Gebiete befinden sich auf der Westseite von Garryk Mark. So bin ich zu einem Wächter des Klosters geworden. Ich bin nur hergekommen, um ihre Majestät zu begrüßen und bald werde ich wieder aufbrechen. Okay. Schön für dich. Gut. Äh, dann. Oder werde ich jetzt doch noch mit... Ja, komm, dann spreche ich halt mit Consen, das habe ich auch noch ganz kurz. Aber beim nächsten Mal werde ich dann den Rest machen, die Aktivitätspunkte ausgeben und so. Hallo ihr beiden. Ich hatte nicht wirklich damit gerechnet, hier mit dir zu landen, aber was soll's. Besser ist, da draußen zu sterben, schätze ich. Ich schätze, als nächstes geht es in Richtung Königreich. I, Hubie und Monika, sie alle kümmern sich um mich. Das gibt mir die Hoffnung, dass sie alle etwas in mir sehen, das ich vielleicht nicht sehe. Hm? Und Consens ist auch nicht gut drauf. Äh, was an der Tageszeit liegt. Guten Tag zu dir. Du meine Güte. Mir scheint, ich lebe nun wieder im Kaiserreich. Auch wenn ich der Vorstellung einmal abgeneigt war, könnte das der schnellste und beste Weg sein, um mein Adelshaus endlich wieder herzustellen. Allerdings sind meine Motive sehr egoistisch. Ich frage mich, ob man sich später überhaupt noch, mich später überhaupt noch akzeptieren wird. Wir sagen, dass du sie akzeptierst. Sagen, dass es auf ihre Bemühungen ankommt. Äh. Das ist ja beides positiv. Finde ich, so ein bisschen. Äh, ich nehme halt das. Oh, sicher. Naja, jeder kämpft zu einem gewissen Maß für sich. Ich bin einfach dankbar dafür, dass jemand mit deinen Talenten mir den Rücken frei hält. Ich fürchte, ihr überschätzt mich. Wobei ich nicht behaupten kann, es würde mir nicht zusagen. Ich danke euch. Okay. Ja stimmt, eigentlich sollte man Constance nicht loben. In dem Zustand, weil das tut sich alles immer ab. Egal. Okay, dann würde ich auf jeden Fall jetzt erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Fire Emblem Warriors 3 Host. Beim nächsten Mal werden wir hier im Basislager dann unsere ganzen Punkte da oben ausgeben. Und hier mit der Archivarin will ich auch noch reden. Ich werde wahrscheinlich dann auch einige von meinen Veredelungssteinen in Ressourcen umtauschen, um noch weitere Einrichtungen abzugraden. Also gibt beim nächsten Mal immer noch sehr, 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 sehr viel zu tun. Okay. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.